Weißt du, worum Feminismus wirklich geht? Es geht darum, traditionelle Geschlechterrollen anzugreifen. Und was sie wirklich bedeuten, sind biblische Geschlechterrollen. Sie wollen also nicht bei der Befreiung der Frauen aufhören, sondern gegen die Befreiung der Männer vorgehen und Männer zu einem Haufen Weichlinge machen. Nach der Bibel sind beide Menschen. Sie sind beide Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus. Sie sind beide gemeinsame Erben mit Christus. In vielerlei Hinsicht sind Männer und Frauen gleich, aber es gibt viele Bereiche, in denen sie nicht gleich sind. Wenn es beispielsweise um die Autoritätsstruktur geht, sind sie nicht gleich. Der Feminismus strebt nach politischer Gleichheit. Was bedeutet, dass Frauen in der Lage sein sollten, über Männer zu herrschen? Und das ist falsch. Männer sollten Autorität haben, Männer sollten die Führer sein. Zu Hause sollte sich die Frau ihrem eigenen Mann unterwerfen. In dieser Struktur gibt es keine Gleichheit. Es gibt eine Befehlskette, in der der Mann der Chef ist. Nicht nur das, sondern die Bibel nennt die Frau in 1. Petrus 3 dem schwächeren Gefäß. Das ist keine Gleichheit. Frauen sollten sich ihren Männern unterwerfen, obwohl sie ihm gleich sind. Obwohl sie beide Menschen und beide Kinder Gottes sind. Vielleicht sagst du, es ist für mich sehr erniedrigend. Es ist erniedrigend für mich, mich meinem Mann zu unterwerfen. War es erniedrigend für Jesus, sich dem Vater zu unterwerfen, obwohl er dem Vater gleich war? Nein, daher sollten wir diesem Beispiel folgen. Ihr Damen müsst diesen Geist in euch sein lassen, der auch in Jesus war. Du sollst dich demütigen und dich deinem eigenen Mann unterwerfen, wie es dem Herrn passt. Bitte glaub nicht an diesen feministischen Mist. Es ist eine Lüge. Feministen wollen wirtschaftliche Gleichheit. Sie wollen so viel Geld haben wie Männer. Was das wirklich bedeutet, ist, dass sie ein Leben unabhängig von Männern führen wollen und ihr eigenes Geld verdienen wollen. Sie wollen alleine leben. Dies ist nicht Gottes Wille. Frauen sollen verheiratet sein und sich ihrem Mann unterwerfen oder sie sollen zu Hause sein und mit ihrem Vater zusammenleben. Das sagt die Bibel. Glaub nicht an diese verwerstete Lehre ein, die die überwiegende Mehrheit der Gemeinden jetzt lehrt und sagt, Nun, wenn die Bibel sagt, dass sich die Frau dem Mann unterwerfen soll, meine ich, dass wir uns alle gegenseitig unterwerfen. Es heißt nicht, dass sie ihm gehorchen muss. Es bedeutet, dass sie ihn unterstützen sollte. Sie vertrauen Wörter und entwickeln Lehre, um ihren Verstand zu verwehren und einen Weg zu finden, um klare Lehren zu umgehen. Wir müssen heute eine klare Linie ziehen, weil der Feminismus in Gemeinden genauso prominent zu sein scheint wie in der Welt. Unterchristen ist die feministische Mentalität in Kraft. Es ist selten, Christen zu finden, die nicht an diesen Mist glauben, den die Welt lehrt. Es ist selten, Christen zu finden, die tatsächlich an biblische Ehrrollen glauben. Sie sind von dies beeinflusst worden. Die Bibel sagt, wenn nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in was? In allem. Das ist eine starke Aussage. Wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Lass mich dir das fragen. Inwieweit sollte diese Gemeinde unter der Autorität Christi stehen? In allen Bereichen, oder? Wenn wir diese Haltung haben, die besagt, dass Christus und wir uns hier gegenseitig unterwerfen. Denk darüber nach. Okay, wir müssen Christus nicht in allen Dingen wirklich gehorchen. Denk darüber nach, wie blasfemisch es wäre zu sagen. Nun, solange Christus tut, was er tun soll, werden wir ihm gehorchen. Naja, gut. Wenn wir ihm die ganze Zeit gehorchen müssen, was ist dann mit dem, was wir tun wollen? Du würdest sagen, das ist blasfemisch, das ist lächerlich. Niemand würde sagen. Selbst in einer liberalen Gemeinde wird niemand so reden. Aber die Bibel sagt, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Wenn du ein Beispiel davor haben willst, wie Frauen sich ihren Männern unterwerfen sollten, dann schau auf Christus und die Gemeinde. Wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Wir glauben und sagen, dass das Wort Gottes Jesus ist. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Wir glauben, dass das Wort Gottes unsere letzte Autorität in allen Fragen des Glaubens und Lebens ist. Ich meine, schau, wer ist die letzte Autorität in dieser Gemeinde? Es ist Christus. Wer ist die letzte Autorität in deinem Haus? Der Mann. Wenn du diesen Mann heiratest, er ist nicht nur ein Partner, einen Zoll mit einem Freund. Du heiratest eine Autoritätsperson. Das ist ein ernsthafter Gedanke. Das ist nicht nur jemanden, mit dem du dein ganzes Leben verbringen wirst. Das ist jemanden, mit dem du dein ganzes Leben gehorchen wirst. Also bitte denke zweimal nach, ihr Damen, bevor du diesen Loser heiratest. Der Typ, der keinen Job hat. Der Typ, der der Rebell ist. Der coole Junge. Denk darüber. Willst du, dass dieser Kerl dein Schicksal für den Rest deines Lebens bestimmen? Denn das tust du, wenn du heiratest. Du solltest besser einen Mann heiraten, der dich auf die richtige Weise führt. Wer wird ein göttliches Vorbild und ein göttlicher Anführer in deinem Haus sein? Jemand, zu dem du aufschauen, den du bewundern kannst. Nicht jemand, den du nur wegen seiner Video-Game-Gewohnheit oder etwas ins Gesicht sehen musst. Also stelle sicher, dass du ein göttliches Vorbild heiratest. Vielleicht sagst du, und ich, es ist zu spät für mich. Hey, weißt du was? Du hast ihn geheiratet. Folge ihm für den Rest deines Lebens und gehorche ihm, unterwerfe dich ihm. Wie du dich ihm unterwirfst und ihm gehorchtst, zeigt, wie du dich Gott unterwirfst. Wie du gegen ihn stehst, zeigt, wie du gegen Gott stehst. Das lehrt die Bibel. Die Bibel sagt in Epheser 5, 33 Das lehrt Feminismus nicht. Die Bibel sagt hier, dass sie häuslich sein sollten. Dass sie sich um zu Hause kümmern. Dass sie das Haus führen. Dass sie Haushälterinnen sind. Das ist Gottes Wille, dass Frauen häuslich sein sollen. Lass mich dir sagen, warum Männer normalerweise besser in der Belegschaft als Frauen sind. Nummer 1, dort gehören sie hin. So hat Gott sie gemacht. Nummer 2, Frauen sind von Natur aus Ehefrauen und Mütter. Das ist also ihre Priorität. Es sollte ihre Priorität sein. Amen? Deswegen, wenn die Kinder etwas brauchen, wenn der Mann etwas braucht, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie sich krank melden. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie früh gehen müssen, um dort zu sein. Aber die Reaktion eines Mannes lautet, Hey, Entschuldigung, ich muss arbeiten. Ich muss dieses Fußballspiel verpassen. Ich muss arbeiten. Ich sollte lange bleiben. Weil Männer der Arbeit Priorität einräumen, dafür sind sie geschaffen. Andererseits, Frauen werden der Familie in allen Situationen Priorität einräumen. Sie sind geschaffen, um Mutter zu sein. Sie sollen ein Erzieher sein, eine Pflegekraft. Auf diese Weise sind sie besser als Männer. Vielleicht sagst du, wie kannst du sagen, dass Männer besser in der Belegschaft sind? Hey, Frauen sind besser zu Hause. Meine Frau ist gerade nicht in der Stadt, also frag mich, wer besser ist. Sie ist besser darin. Meine Frau ist gerade nicht in der Stadt und ich kümmere mich um die Kinder. Ich bin wie ein Fisch ohne Wasser. Okay. Ich mache viel gerade, aber frage mich, ob ich das für mein ganzes Leben jeden Tag tun möchte. Wie Frauen auch nicht. Weißt du was? Du wirst es tun. Denn das hat Gott dir gesagt. Ich will nicht mit meiner Frau tauschen. Und sie will auch nicht mit mir tauschen, okay? Und viele Frauen denken, dass sie mit ihrem Mann tauschen können, aber wenn sie es tun würden, wären sie nicht glücklich. Sie könnten denken, es muss schön sein, ins Büro zu gehen, ausgehen, rumzufahren. Aber wenn sie das getan haben, weißt du, wonach sie sich die ganze Zeit sehen werden? Zu Hause, wo sie gehören. Es ist nicht selbstverständlich, für sie zur Arbeit zu gehen. Ist das nicht dumm? Wenn ich denke, dass Frauen zu Hause bei den Kindern bleiben sollten, bedeutet das, dass ich Frauen hasse. Wenn ich sage, dass Frauen nicht wählen sollten, hasse ich Frauen. Wenn ich sage, dass Frauen nicht Pastoren sein sollten, dann hasse ich Frauen. Was ist das für ein Mist? Aber so ist unsere Welt jetzt. Wenn du etwas sagst, was die Leute nicht mögen, ist das Hasrede. Hey, weißt du, was Frauen wollen? Sie wollen, dass ein richtiger Mann führt, die Verantwortung übernimmt und sie an ihre Stelle setzt. Und diejenigen, die am meisten darüber streiten, sind diejenigen, die es am meisten wollen. Diejenigen, die laut darüber sind, sind diejenigen, die das Gegenteil wollen. Sie sagen, bitte sag mir, was ich tun soll. Bitte herrsche über mich. Das ist wahr. Vielleicht denkst du, äh, nicht meine Frau. Du liegst falsch. Sogar deine Frau. Auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass irgendwo tief drinnen noch eine Weibe ist, die sich dir unterwerfen will. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die diese Predigt nicht mögen. Sie mögen diese Lehre nicht. Es stört sie. Aber hier ist die Sache. Du bist nicht sauer auf mich. Wenn du sauer bist, bist du sauer auf Gott. Gott konnte nicht klar gewesen sein. Dies ist kein Geheimnis in der Bibel. Es gibt einige Dinge in der Bibel, in denen man sagen könnte, Nun, ich sehe beide Seiten. Es könnte verschiedene Meinungen geben. Ein Unterschied in der Kultur oder etwas. Aber Feminismus hat kein Standbein. Sie haben keinen Vers. Es ist nur klar gegen die Bibel. Nichts könnte klarer sein, dass Frauen ihren Männern gehorchen sollten. Nichts könnte klarer sein. Es wird nochmal in Titus 2, Epheser 5, 1. Petrus 3 wiederholt. Es gibt viele Verse. Also, wenn du nicht einverstanden bist und sich gegen deinen Mann beschwerst, Hallo? Halt die Klappe und mach, was man dir sagt. Das ist es, was du tun sollst. Und lass mich dir sagen, weißt du was, was heute böse ist? Es ist heute böse, dass es Pastoren gibt, die nicht aufstehen und dies predigen. Sie zerstören das Leben der Menschen. Sie zerstören die Ehen der Menschen. Ich möchte lieber, dass die Leute aus dieser Gemeinde herauskommen und niemals zurückkommen, wenn sie diese Predigt einfach hassen, als dies nicht zu predigen. Ich möchte nicht, dass Leute gehen. Ich möchte nicht, dass sich die Leute aufregen. Aber weißt du was? Es lohnt sich, diese Botschaft zu verbreiten, denn dies muss gepredigt werden. Ich kann nicht einmal die christlichen Männer erzählen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, meine Frau lässt sich von mir scheiden. Meine Frau verlässt mich. Was soll ich tun? Weil sie mit einem anderen Mann zusammen sein will. Sie will nicht wissen, was sie tun soll. Sie will ausgehen und ihr eigenes Ding machen. Sie will Karriere machen. Ich meine, es ist böse. Ich könnte Name nach Name nach Name nach Name nach Name auflisten. Dieser feministische Mist zerstört das Leben der Menschen und ihre Ehe. Männer und Frauen kämpfen, sie sind einer nach dem Hals, weil sie nicht in ihren richtigen Rollen sind. Die Frau wird sich nicht ihrem Mann unterwerfen. Und weißt du was, ihr Damen? Wenn du tatsächlich versuchst, dann versuch es nicht. Mach es einfach als Lebensstil. Aber wenn du tatsächlich versuchst, dich deinem Mann zu unterwerfen, wirst du erkennen, dass dein Mann dich mehr lieben wird. Er wird dich besser behandeln. Weißt du, 18 ist keine Magic Nummer. Wenn meine Töchter 18 werden, werden sie mir weiterhin gehorchen. Sie werden weiterhin in meinem Haus leben, bis ich sie in der Ehe verrate. Wenn sie sich dafür entscheiden, zum Teufel zu gehen, ist das eine andere Sache. Aber so werden sie nicht beigebracht und das wird nicht gefördert. Es wird nicht passieren. Aber heute ist es nur noch die Norm. Du bist 18, ziehst du aus, gehst zur Uni, bekommst einen Job und bekommst einen Mitbewohner. Nun, deshalb gehen 90% unserer jungen Damen aus und leben in Unzucht. Sie zerstören ihr Leben. Erst wenn sie mit einem unehrlichen Kind schwanger werden, wachen sie tatsächlich auf und sagen, naja, ich möchte mein Kind in der Gemeinde großziehen. Also werde ich jetzt richtig mit Gott umgehen. Es heißt, dass sie häuslich sein sollten. Sie sollten gütig sein. Und sie sollten sich ihren Männern unterordnen. Nun, wie oft hörst du diese Predigt heute? Wenn du in diese Gemeinde kommst, wirst du es hören. Aber wenn du irgendwo anders hingehst, hörst du es nicht so oft? Aber das sagt die Bibel. Vielleicht sagst du, oh, das ist eine altmodische Idee. Heute haben wir Frauenrechte. Oh, diese schrecklichen, schrecklichen Tage, an denen Frauen keine Rechte hatten. Ja, lass uns sie zurückbringen. Lass uns zu diesem Tag zurückkommen. Warum machst du dir Sorgen? Was meinen sie, wenn sie Frauenrechte sagen? Weißt du, was es bedeutet? Das Recht, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Weißt du, was es bedeutet? Das Recht, gegen ihren Mann zu sprechen und ihm nicht zu gehorchen. Das Recht, scheiden zu lassen. Das Recht, einen Job zu bekommen und ihr eigenes Geld zu verdienen. Das Recht, ihm zu sagen, was zu tun ist. Das Recht, für unsere Führer zu stimmen, also Frauen mitbestimmen sollten, wie unser Land funktionieren soll. Die Bibel sagt, ich erlaube einer Frau nicht zu lernen, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Zitiere ich gerade die Bibel. Aber es ist altmodisch. Warum dürften Frauen bis erst im 20. Jahrhundert nicht wählen? Und wenn ich hier stehe und sage, dass Frauen nicht wählen sollten, denn wenn wir eine Demokratie sind, die von Volk regiert wird, möchte ich von Frau regiert werden. Nun, denkst du, dass ich glaube, dass in 2014 dem Teufel nichts ausmacht, wenn sich Gottes Volk vermehrt? Ist er damit zufrieden? Der Teufel hasste es schon in 2. Mose 1. Er kraute, als sich Gottes Volk vermehrte. Aber heute möchte der Teufel, dass wir alle Kinder haben und göttliche Kinder großziehen, oder? Nein, heute ist der Teufel sauer, als er sieht, wie sich Gottes Volk vermehrt. Aber weißt du, was der Teufel getan hat, um Gottes Volk daran zu hindern, sich zu vermehren? Er sagte, lassen sie arbeiten. Und vor allem möchte er die Frauen zur Arbeit bringen. Lass die Frauen arbeiten! Dann können sie sich nicht vermehren. Was war die Antwort des Teufels in 2. Mose 1? Lass sie arbeiten und töte dann diejenigen, die gezeugt sind. Genau das ist der Plan des Teufels heute. Nummer 1. Schick die Frauen zur Arbeit. Und dann können sie nicht reproduzieren. Wegen Arbeit werden sie es schwierig finden. Sie können nicht auf die Kinder aufpassen. Wegen Arbeit werden sie gezwungen sein, Geburtenkontrolle anzuwenden. Und nicht nur das, sondern auch diejenigen, die sie empfängen, werden wir sie töten. Wodurch? Antibabypillen, die verursachen stille früher Abtreibungen und auch durch Abtreibung selbst. Schürgerische Abtreibung. Das vor der der Teufel heute. Er hat die Frauenarbeiten geführt und auch die Abtreibung. Früher war es nicht so, Leute. Früher gingen Männer zur Arbeit und die Frauen blieben zu Hause. Das war die Norm. Das war die akzeptierte gesellschaftliche Norm. Männer gingen zur Arbeit und versorgten. Die Frauen blieben zu Hause, heirateten, gebar Kinder und führten das Haus. Das lehrt die Bibel. Die Bibel sagt, dass Frauen heiraten sollten. Ich werde Gottes Wille. So will ich nun, dass Frauen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich abgewandert dem Satan nach. Das ist, was die Bibel sagt. Gibt es heute Frauen, die sich nach Satan abwenden? Natürlich! Eine Möglichkeit, dies zu stoppen, wäre, wenn sie heiraten, Kinder gebären und das Haus führen würden. Nun, ich verstehe, dass es Ausnahmen gibt, weil es Frauen gibt, die sich in unterschiedlichen Situationen befinden. Vielleicht haben sie in der Vergangenheit Fehler gemacht oder sie leiden unter Fehler, die jemand anderes in ihrem Leben gemacht hat. Aber das ist nicht jetzt der Punkt, okay? Offensichtlich befinden sich Menschen aus unterschiedlichen Gründen in unterschiedlichen Situationen. Aber die Frage ist, was ist Gottes Wille? Die Frage ist, was will Gott, dass wir tun? Wir können uns Ausreden einfallen lassen, wenn wir uns in einer Situation befinden, die nicht ideal ist. Es kann an unserer Sünde oder an der Sünde eines anderen liegen. Aber laut der Bibel gibt es einen Plan, der Familie heißt. Es ist das, indem wir als Kinder aufwachsen, wo eine Mutter und einen Vater haben, die uns großziehen. Das ist ideal. Eine Mutter und ein Vater ziehen uns. Dann werden wir erwachsen und heiraten und verlassen unseren Vater und unsere Mutter und gehen direkt zu unserem Ehepartner. Wir hängen uns an unsere Frau oder wir hängen uns an den Mann und wir werden ein Fleisch. Dann bringen wir gemeinsam Kinder hervor und haben unsere eigene Familie. Das ist Gottes Plan. Männer gehen zur Arbeit und die Frauen bleiben zu Hause und gebären Kinder und führen das Haus. Das lädt die Bibel im Alten und im Neuen Testament. Vielleicht sagst du, was ist mit mir? Ich bin geschieden, mein Mann hat mich verlassen oder er arbeitet nicht, er hat keinen Job oder er möchte, dass ich arbeite und sagt mir, ich soll zur Arbeit gehen. Ich verstehe, dass es verschiedene Situationen gibt. Aber das ist nicht, was ich heute predige. Heute predige ich über richtige Wege. Wir können über die Probleme und alle die falschen Dinge und alle die schlechten Situationen auf der Welt sprechen. Aber das würde die ganze Nacht dauern, oder? Aber es gibt viele Menschen in dieser Gemeinde, die nicht in einer schlechten Situation sind. Es gibt viele Männer in dieser Gemeinde, die ausgehen und arbeiten und für ihre Familie sorgen. Das sollten sie tun und zu ihren Frauen sagen, Schatz, bleib zu Hause und gebär Kinder und zieh sie auf und ich werde das Geld verdienen. Das brauchen wir einer Generation von Gottes Volk, die fruchtbar sind und sich vermehren. Ich bin sicher, dass in dieser Zeit nicht jeder einzelne Mensch in der Nation Israel fruchtbar war und sich vermehrte. Aber im Allgemeinen die Mehrheit war. Und so sollte es auch unter Gottes Volk sein. Natürlich wird es Ausnahmen geben. Natürlich wird es einige Frauen geben, die unfruchtbar sind und keine Kinder haben können. Aber schließlich haben sie immer ein Kind in der Bibel, als sie beteten und den Herrn suchten. Manche hatten ein Kind, andere zwei Kinder. Gott wird dich nicht immer mit vielen Kindern segnen.